In meinem Beruf können wir überhaupt nicht langweilig werden, weil jeder Tag anders ist und immer etwas Neues passiert. Wir arbeiten hier mit Menschen und Menschen sind nicht jeden Tag gleich. Am Waldhaus schätze ich, dass man sich hier wirklich sehr persönlich einbringen kann und dass es so eine Berufsfamilie ist. Es ist einfach schön zu sehen, wie aus einer chaotischen Familienstruktur ein gelingender Alltag wird. Nur gemeinsam sind wir stark. Und hier bei uns brauchen wir dich. Mit Untertitelung des ZDF, 2020